Es kommt immer auf den guten Ton an. Das Lehrbuch Tontechnik von Thomas Görne behandelt alle Aspekte der Tontechnik von der Physik des Schalls und den Grundlagen von Schallerzeugung und Schallwahrnehmung über die angewandte analoge und digitale Übertragungstechnik, Schaltwandlertechnik und Klangsynthese bis hin zu Aufbau und Funktion der verschiedenen Studiogeräte. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis und das umfangreiche Schlagwortverzeichnis machen das Buch zu einem nützlichen Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit in Tonstudio und Konzertsaal. Das Geheimnis des guten Tons liegt im Verständnis der jeder Musik- oder Sprachaufnahme zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten. Dies umfasst so unterschiedliche Themen wie Schallerzeugung, Raumakustik und Schallwahrnehmung, Schallwandlertechnik, Signalverarbeitung sowie analoge und digitale Übertragungstechnik. Dieses Buch gibt einen Einblick in die Tontechnik von den akustischen und nachrichtig-technischen Grundlagen bis hin zu Aufbau und Funktion der verschiedenen Studiogeräte, Mehrkanaltechnik und Klangsynthese. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei der Bezug zur Praxis. Wie funktioniert ein Faltungseffekt? Wann braucht man einen Noise-Shaper? Möglicherweise kann eine Wandreflexion den Klang verändern. Mit zahlreichen Bildern und Tabellen, Beispielen und Herleitungen sowie mit einem umfangreichen Sachwortverzeichnis dient dieses Buch gleichermaßen als Lehrbuch und als Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit in Tonstudio und Konzertsaal. Tontechnik in der dritten Auflage von Thomas Görne erschien im Hanser Verlag.